Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing. Heute mache ich ein Unboxing zu diesen beiden Star Wars Force Attack Serie 3 Boostern. Die habe ich beim Abo-Special von JackTech1000 gewonnen. Große Abo-Empfehlung an JackTech1000. Und die werde ich jetzt einfach mal mit euch gemeinsam öffnen. So. Als allererstes haben wir einmal diesen Kollegen. Ja, Koli haben wir noch. Dann haben wir noch diesen hier. Ich kenne die Staffel 4 von The Clone Wars noch gar nicht, deshalb weiß ich die Namen noch nicht. Das ist mein Problem gerade. Und dann haben wir noch Obi-Wan Kenobi in Star. Cool. Ja, das hat sich auf jeden Fall ein gelohntes Booster. Das ist ein ziemlich gutes Booster gewesen. Jetzt mache ich noch das zweite Booster auf. So. Dann haben wir Mortis Sun. Ah, damit ihr ihn auch noch mal schöner seht. Den kenne ich noch aus Staffel 3. Staffel 4 werde ich mir auf jeden Fall jetzt in den Ferien noch mal genauer angucken. Dann haben wir einmal Gorga der Hood. Der, da ist ein Steckbrief drin gewesen im letzten Magazin. Ein Karsis und ein Puzzleteil. Und noch ein IG 100 Magna Wächter. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.